Was geht ab, meine dedicated Bros? It's me, LuigiKid und es ist früh am Morgen! Guten Morgen! Ich bin verdammt noch mal tot! Ja, ich habe jetzt blondes Haar, falls es noch nicht aufgefallen ist in den englischen Videos. Heute sind wir auf dem Weg nach Berlin, erst einmal zum Flughafen, weil wir sind jetzt eingeladen worden von Studio 71, unserem neuen Netzwerk, dem wir beigetreten sind. Und wir freuen uns schon mit der Zusammenarbeit mit denen. Weißt du nicht, doch? Es wird ziemlich geil! Es wird ziemlich geil! So, und wir sehen uns dann am Flughafen, Leute! So wie immer, Leute, wenn ihr mehr Vlogs haben wollt, dann lasst uns das wissen! Lasst es in den Kommentaren stehen! Und einen Daumen nach oben! Einen fetten Daumen nach oben! Fühlt uns mit entschlossenheit, Leute! Dankeschön! Guten Morgen! Guten Morgen! Wir hier... Flughafen! Wohin müssen wir? Wir haben das erste Problem, wir haben keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber ich werde es gleich rausfinden! Was macht man, wenn man nur eine Stunde Schlaf hat? Ich schwör, das ist kein Product Placement! Ich schwör, das ist kein Product Placement! Ich schwör mir, das ist kein Ding, ich habe die Leute sich auf dem Weg geschickt! Ich schwör mir das Ganze auf dem Weg! Ich habe das ganze Zeit zum Beispiel gewischt, Das ist ein fianchorisch! das ist ein Fantaschläge, Ich muss ehrlich sagen, Berlin ist ziemlich schön, herrlich in Wien, nur heute in groß. Und wir sind gleich im Studio 71. Was sagst du Mario? Ich freue mich schon. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Was für ein Tag bei Studio 71. Ich muss sagen, der heutige Tag war sehr informativ. Hoffentlich werde ich eine gute Zukunft für den Deutschen und für den Main Channel haben. Auf jeden Fall absolut hammergeil. Und ich fühle mich da echt schon richtig gut aufgehoben. Leute, ich hoffe euch hat der Vlog gefallen. Unbedingt abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und der Plan wird beizutreten. Einen Daumen nach oben wird mir auch sehr viel bedeuten und fühlt mich mit Entschlossenheit. Und wie immer sehen wir uns im nächsten Video. Und checkt auf jeden Fall mein Instagram und meine Snapchat Story ab für mehr coole Sachen. Ich bin raus. See you, ciao. Wow. Das ist ein fucking Sandsturm. Bis zum nächsten Mal.